Ah, super. Nice. So weit dahin machst du bei MV? 16 zu 9 Streams sind nice, aber ich finde 4 zu 3 erlaubt halt voll die nice Stream-Overlays, weißt du? Ja, das ist beides halt so geil. Beides ist nice. Ja, halt zuzugucken macht so viel Spaß. Aber Spielen ist weird. Ja, 16 zu 9 spielen ist die Hölle. Er ist tot. Man muss halt hier die Borders so ein bisschen dazudenken. Es ist nice, wenn du checkchatsen willst. Wenn du nicht die ganze Zeit so hoch bist. Er ist vor uns Stage in der Corner, aber er ist trotzdem in der Scheißlupe, weil dieser Bildschirm ist witzig. Und spielen ohne Rumble, also Screen Rumble ist so viel besser. Aber zu gucken macht mir Spaß. Ist das eigentlich so intensiv? Das ist ja ein extrem spannendes Match. Das könnte wirklich... ...either way ausgehen, oder? Ja. Ich würde der Beste bei uns für's gewinnen. Oh mein Gott, du hast recht. Ja, ich finde es auch ganz cool. Warum haben wir dieses Match auf uns für gepackt? Das sind bei uns nicht. Das war nice. Ja, Floaties. I have made a terrible mistake. Hä? Das ist doch voll das nice Match. Ich finde es tatsächlich auch ganz cool. Es gibt voll viele so weirde Matches, die eigentlich nice sind. Schlimmer als Jigglypuff IC. Das ist auch nicht schön. Das ist einfach richtig lustig. Naja, aber wenn halt alle Spiele 8 Minuten gehen. Ja, das ist trotzdem lustig. Ich finde es nicht so lustig. Ich finde es voll lustig. Also wenn es nicht ein ganzes Racketippung ist. Oh mein Gott. Ich bin alle mit dem Mini-Wave, aber wird trotzdem... Ich finde diese große Ansicht übelst nice für das Stream, muss ich sagen. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil man als Kommentator nicht direkt absehen kann. Ja. Also man hat nicht viele Informationen, man hat keine Prozente... Da hat man ja hier... Da schon, ja. Aber das ist ja durch, wenn du doppelt gucken musst. Also das mag ich auch nicht. Uh! Schöne Eisblätter. Spannend hier. Aber das ist eigentlich ein gutes Ergebnis. Ja. Also ich hab 48, löst deinen Nullhof und alle löst schon wieder. Das ist einfach eine. Ja. Ja. Ist das... Also... Sollten nicht eigentlich alle sein? Ja. Ja gut, wenn du 48 stellen lötest, ist die Chance... Das eine kaputt, ja. Oh! Oh! Schöner Eisblatt. Ja, ja. Ey, wenn meine... Wenn mein... Weeps-Controller kaputt geht, muss ich dann auch zu dir kommen. Ja, Fahrrad zu Gänze. Was? Fahrrad zu Gänze. Bin fangt. Ich glaube, ich bin zu dritten. Damit... Nein. Damit einmal eine Sache noch angenötet wird. Ja, okay. Ist doch wegen Israel übrigens. Weißt du... Fängt das an oder so? Ähm... Was? Da ist sie noch vor Ort. Komm her. Wir können nicht hinzufügen. Wir haben hier gefügt. Wir haben hier gefügt. Wir sind rausgefallen. Fahrrad zu Gänze. Das war eine Idee. Der Wahn ist gefördert. Ähm... Oben ist da... Ne, ne, das ist jetzt fertig gefördert. Komm her. Also es gibt ein paar Solide. Das sind alles halt... Also wenn da halt welche reichen, die einfach... so... so... ... dass man niemand so aufnehmen würde. Und das ist hier alles... Das war dann... Ich finde, wie gesagt, wenn man die gut genug fixen könnte, dass so ein Anfänger dann am Schlag kommt. Ja. Dann machen wir es auf jeden Fall. Hey, das hat den ganzen... Ich glaube, viel... Viel wichtiger ist halt, dass wir ein paar so brauchbare... Kontrollen haben. Als dass wir so drei Haare so... gestört hätten. Weil sie werden dann nicht benutzt. Kannst du einfach... Nicht die ganzen... Nicht die ganzen Kontrollen. Nicht die ganzen Kontrollen. Aber Leute... So kann jetzt das Spiel einfach nicht... Wenn es nur erst kommt. Ja, also ich habe... 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 Das... Ich habe... Also ich habe... Aber... Also... Also ich habe... Aber ich habe... Also ich habe... Und das... Geht halt voll leid. Ich kann es halt so... Und das... Beide mal... Mal... Also... Ach so... Jetzt... Mal... 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 Das ist... Das... So... Das... Das sieht aus wie so eine... eine Stimme. Wir haben uns so sehr damit bestellt, ob wir Gott sei Dank könnten, dass wir sie gepackt haben. An dem Tag sind zwei Leute aufgetaucht. Eine Person kam mit der Scheife an und die andere Person war so... Wenn ich spiele es und manchmal hört sich der Kulturwack durch aus und wir sind so, zeig mal das Wild. Und dann ist da drin einfach ein unisoliertes, langes Erbenskabel und die ganze Fingern gestürzt. Und die sind so dicker. Dicker, du musst halt isoliertes Kabel verwenden. Oh, unisoliert? Ja. Cray. Aber das hat noch nie einen. Das ist den Cray's Boss abgetackert, das da auch mal ist. Der hat dieses DIY-Game gemacht, die so angelangt. Der macht so einen Make-up dafür und der hat welche bestellt. Irgendwelche Leute in China haben wieder zusammengebaut und irgendwas falsch angebaut. Da hat er mit einem Kanzler die aber noch ganz geredet. Cray's. Ja, deswegen werde ich meinen, dass du das selber anlässt. Ja, machen wir gerne. Ich habe... Dann hat er die neu gestellt, also er hat wieder neu gestellt. Und das ist wieder bei der Hälfte der Boss, nicht jetzt? Ja, das ist bei der Hälfte der Boss passiert? Hast du das ja noch passiert, oder? Na ja, aber vor allem hat er es... Ja, ich denke, er hat das genau eine Komponente, falls die braucht, Lötte, die einfach nichts zu kaufen, weil es einfach nur eine Komponente... Weil das machen die ja nicht... Die schicken die gar nicht noch mehr, was dann braucht. Die geht zu fälsig. Nein, die machen... Also, die sagt das Wort, wir machen das Kanzler schon. Ach so, und was... Die machen das Kanzler, aber die haben die zwei Dinge gekauft. Zuuu! Was geht, du? Ey, bald kann ich da so richtig mitreden. Ich schreib mir meine Bachelor-Aberleberleiter. Was für Maske ist eigentlich jetzt? Ne, ich hab grad nur mein Handy resettet, aber Signal konnte nicht beim Kopf werden. Mein Bruder. Oh, der war ja da. Ja. Ach so, Clea. Ach so, Clea, aber ähm... Das ist Artus. Oh, das kann man nachgucken. Ja, Uwe sind Kretz. Hä, würde ich so sagen. Ne, der hat gefliegen. Tina rief Kax06, Feuren about W. Was geht ab? Ja, das ist ein bisschen für die Gassen. Ja, der hat, ähm... Ja, der hat, ähm... Ja, der hat, ähm... Ich hab, ähm, ein bisschen verpassen, was das gerade wäre. Ich hab grad zwei Würfel Bananen. Zwei Würfel Bananen? Ja, ja. Ja, ja. Aber... Ja, ja. Ja, ja. Das ist wieder ganz seltsames. Geh nicht von einem normalen Charakter spielten Sie? Ja, ich glaub den natürlich auch. Ja. 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 Ja, oh je. Also die Charaktere werden nicht so oft gespielt. Hallo liebe Kommentatoren, ich hab ein Ergebnis zu... Oh, kann er ein. Ah, was denn? Ja. Ne, ich kann das nicht so gut wie du. Wie hast du mit dir? Wie ist das weitermachen? 3 zu 0 für Lil's Loose. Wie war's denn? Oh, das ist so nice. Hast du mich gesehen? Ja. Ich hab's leider vorgebracht. Ja, ich hab's leider vorgebracht. Ja, ich hab's leider vorgebracht. Das war aber weird, dass du die einzige Berliner da machst. Ja. Das war crazy. Ich hab auch ein Commentary ab und zugegeben. Ja, hab ich gesehen. Ich hab's gecolt. Ja, hab's gecolt. Ich glaub locker zwei, drei Mal oder so, dass ich sehr enttäuscht war, die deutsche Szene. Ja. Dass niemand da ist. Es waren nur fünfdeutsch. Ach so, hab da so ein Schlecht. Ich schwör alles. Ey, nicht von den so neuen Genre, die da waren. So viele... 250 Teilnehmer. Bei uns sind hier sehr sehr laut. Kann ich nicht sagen. Dafür, dass Deutschland... Ja! Aber das ist das größte Land aus Europa. Ja. Aber... Das ist ein Pecher. Aber... Eigentlich auch ziemlich viele, aber... Die sind alle über Corona und über die Online-Phase. Denken sich, warum soll ich da hinfahren? Ja, ich kann ja auch online spielen. Ja. Na ja. Machst du nix. Ja. Jetzt hat er's gemacht, ja doch. Kannst du dich nur aufreden. Das letzte Mal hat der Top-In-Durk sein. Aber es war cool. Ja. Und da ist das 3 zu 0. Ja. 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 Ja.